Willkommen zurück hier in God of War auf meinem Kanal. So, wir waren stehen geblieben hier bei dem, naja, ich würde nicht sagen Endloskampf, aber auf jeden Fall haben wir drei oder vier mal, also drei oder vier Runden kämpfen müssen mit verschiedenen Gegnern aus verschiedenen Welten und jetzt gehen wir, äh, da, durch die Tür. Ich musste gerade überlegen, wo ist die Tür gewesen, geblieben. So, das müsste jetzt Jürgenheim sein. Oh, doch nicht. Okay. Ich frage mich gerade, ob da gleich noch was mit der Schlange passiert. Die guckt ja so, also die hat eben ja so zu uns hingeguckt und jetzt schaut sie so verlegen zur Seite. Mal gucken. Noch ein Name. Gendul. Noch eine Valkyrie. Das ist kein Zufall. Doch wer hat sie in Tiers Feuerschalen geritzt? Wer weiß da schon. Ja, aber ich, ja, mal schauen, wann wir es endlich schaffen, die ganzen Valkyren zu vernichten. Ähm. Ah, okay. Das habe ich mir gedacht, dass das jetzt hochkommt. Okay. Ähm. Was genau ist denn das für ein Rad? Was genau ist das denn, was erleuchtet? Ähm. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwo anders schnell noch mal so ein bisschen hingehen, um irgendwas zu sammeln oder ob wir einfach generell erst mal storymäßig weitermachen. Ja, machen wir storymäßig erst mal weiter. Kommt mir das nur so vor oder sind die Klingen irgendwie noch mal anders geworden seit dem letzten Part? Oh. Ich war ja so oft in meinem Schmied bei Barock und so. Also, da kann es, glaube ich, dann doch durchaus angehen, dass die jetzt noch ein bisschen mehr, ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, die hatten früher nicht so eine Gravur auf der Fläche. So. Wir beide macht wirklich gern Radau, was? Ja. Ähm. Ich weiß gerade gar nicht, wo genau finden wir eigentlich diesen Alchemisten, den wir suchen sollen. Es soll doch irgendwie... Seelenverschlinge. Die Verlünder-Minen betreten. Es soll doch irgendwie noch einen Alchemisten irgendwie geben, wo wir hin sollten. Ich weiß bloß gerade nicht, wo. Na gut, lassen wir es sein. Ich weiß nicht, was wir in Jötinheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm widersteht. Und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen haben. Also gut. Genau so ist es. Das habe ich mir auch so ein bisschen überlegt gehabt, als wir da bei der Spiegelwelt waren. Ne? Mimia hat ja nur ein Auge noch. Ich glaube, das war ja so, dass das eine Auge Odin jetzt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, sieht Odin jetzt vielleicht das, was wir erreicht haben durch Mimias Auge? Na ja, mal schauen, was da so passiert in Richtung Odin. So. So. Ich bin jetzt ein Auge. Ich bin jetzt ein Auge. Ich bin jetzt ein Auge. Es ist so weit. Es geht los. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Hier muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Oh, verdammt. Verdammt. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs. Ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es noch. Er weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri. Okay. Aber genau. Was habe ich gesagt? Der liebe Odin hat mir mehr sein Auge geklaut. Ja. Ja. So. Brock und Sindri. Was könnt ihr uns verraten? Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir mir das zweite Auge? Was? Was hat der denn, bitte? Um genau zu sein, Odin bat mich. Oh. Oh Mann. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Lehn dir ab. Verzeihung. Entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Aasen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Oh. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Oh Mann. Der kann ja echt nichts ab. Finden wir besser heraus, was die Welten, Schlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rad. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Nö. Wir sollten vielleicht machen, also sollten wir vielleicht mal machen, ne? Ähm, also ganz ehrlich, Sindri, ähm, ich kann ja verstehen, dass du vielleicht ein... dass du eine leichte Seele hast, und so rund, ne? Aber, ähm, selbst ich hab bei dem Ganzen nicht hochwirken müssen, und ich habe damals, als ich glaube ich 12, 13 war, vielleicht sogar 14, auf jeden Fall, äh, ein Teenager-Alter, einen Film gesehen in der Schule, alle wollten ihn sehen, ich wollte ihn nicht sehen, das war so ein richtiger Horrorstreifen. Alle, wirklich alle aus meiner Klasse, bis auf eine andere Person noch, wollten ihn sehen, fanden ihn so klasse, es war nicht sehr viel Zeit mehr von der Stunde übrig, deswegen haben wir sich nur so ein paar Szenen angeguckt, und die haben mir gereicht, um zu sagen, ich schaue mir keine Horrorstreifen an. Ich kann wirklich, ich weiß das alles noch detail, also nicht ganz so detailreich, aber ich kann es mir noch vorstellen im Kopf, so wirklich bildlich, ähm, und ich muss zum Glück nicht mehr deswegen wirken, und das finde ich gut. Ich weiß noch, wie einer Person in das Auge, also, in deinem Auge, also, äh, erstmal, erstmal, Trigger-Warnung erstmal, also, ne, also einer Person wurde mit so einem komischen Bohrer oder mit so einer kleinen Säge in dem Auge gestochen, gesägt, das war eklig. Dann gab es noch irgendwie bei einer anderen Szene, äh, den Moment, da hat man irgendwie die Fingernägel rausgezogen, und die, ach, die Stelle, die Stelle habe ich letztes Mal, die habe ich letzte Woche auf TikTok wiedergefunden, auf TikTok, dann habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht auch noch das auf TikTok. Ähm, und zwar, da gibt es, äh, drei Menschen in so einem komischen Glaskasten, da ist irgendwie auch so noch so eine, ich glaube, der, der, der Film heißt Saw, da gab es so eine komische Puppe in dem Ding, hat er gesprochen und so, die beiden Männer, die waren angekettet, und in der Mitte war eine Säge. so, die hat sich bewegt, die Kette und die Männer, die wurden immer näher rangezogen an die Kette, und die konnten sich bewegen, sozusagen, dass halt ihr, die immer ein bisschen näher weg, also die wollten man natürlich weg, aber oben drüber war noch eine Frau, die war total angekettet, und, ja, die wurde Stück für Stück herabgelassen, und natürlich kann man das sich vorstellen, so als Zwölfjährige, die früher keine Berührpunkte hatte mit sowas, äh, dass es wirklich sehr ekelerregend, wirklich ekelerregend und wirklich, ähm, ja, magenerprobt ist, da nicht irgendwie hochzuwirken, weil da gerade alle Gedärme rumfliegen. Boah. Okay. So ganz überwunden hab ich's nicht. Also ich fühle mit dir, Sindri. Bei der Stelle, also bei der Stelle, wenn ich da wirklich genau überlege, mir alles nur mal vorstelle, wie das war, nee, dann bekomme ich auch das Kotzen. Ähm, aber ich kotze nicht. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, kommen wir zurück zum Spiel. Äh, kommen wir zurück zum Spiel. Ich möchte gerne zehn Alchemisten finden. Ich muss gerade überlegen, wo finde ich denn die Mission? Äh, lalalalalala, lalalalalala. Eine Welt kühlerühe besiegen. Besiegen sie ihren Mut. Okay, das will ich nicht. Umfassen wir's langer rumgehen. Habe ich das? Ne, habe ich noch nicht. Okay. Die wollen Lünderminen betreten. Die Knochen. Ah, okay. Ach so, ach ja, okay. Äh, die Welten, die müssen, die können wir auch noch mal machen. Fafnirs Flug zum Anker zurückkehren. Habe ich doch schon gemacht. Ach so, ja, habe ich gemacht. Bestimmt. Fafnirs Hort. Ah, das ist mit Sintri noch gar nicht zu Ende gewesen mit der Mission, oder wie? Okay, ähm, gut. Dann machen wir das beides jetzt möglicherweise in dem Part. Mal gucken, ob wir beides schaffen. Ähm, ja, wir machen erstmal das mit Fafnirs Hort. Sintri helfen, Fafnirs Wettstein zu finden zu Fafnirs Lagerraum. Mal gucken, wo der ist. Fafnirs Lagerraum. Da. Wie kommen wir denn da hin? Ha, gute Frage, ne? Wie kommt man da hin? Und da ist die Schlange. Also ich kann mir gut vorstellen, hier ist ein Weg, da ist eventuell ein Weg, da kommen wir lang. Ja. Das versuchen wir auf jeden Fall. Ähm. Ne, jetzt aber nicht. Nicht jetzt. Ne, ne, jetzt nicht. Wir werden erst nochmal die beiden Sachen für Sintri und Brock zusammeln, zusammensammeln. Das kann uns eventuell nochmal behilflich sein. So an Stärke, Verteidigung und sonst was. Hallo Schlange. Oh, jetzt schläft sie. Ach, deswegen sollen wir das Horn blasen. Haha. Um sie zu wecken. Mögen. Mögen. Ja. Ja. In einer so kriegerischen Welt bleibt ihr nur das Leben in Isolation. Arme Freya. An ihrer Stelle hätte ich dich wohl auch angesprochen. Ja, ich auch. Ähm. Ich überlege gerade. Ich dachte kurz, dass wir eine Fledermaus, dann ist mir aber klar geworden, dass das vielleicht ein Drache ist. Ist das noch ein Drache? Ach nein. Der Drache. Es ist Bauldürt, nicht wahr? Oh. Und du hast ihn erledigt, um mich zu retten? Das war äußerst heldenhaft. Ach ja. Hä? Weiß ich, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. So. Fafniris Schlucht. Ich hoffe, wir sind stark genug. Sonst war der Plan auch wieder verschusselt. Okay. Diese Geräusche hören sich nicht so toll an. Boah, bruselig. So. Was ist denn das hier? Ein Fahrstuhl. Ha! Ein Fahrstuhl! Ein altertümlicher Fahrstuhl. Der sogar noch geht, obwohl er so übermuchert ist mit Moos. So. So. Ja, ich frage mich natürlich auch, wo der restliche Kram von den ganzen Knochen ist, denn wir haben ja noch die Mission mit den Knochen. Hacksilbär. Schätze aus allen verschiedenen Welten. Glaubst du, Fafnir ist auch in Alfheim gewesen? Ich weiß es nicht. Finde ich neugierig? Klingt interessant. Wir gehen in diesen Lagerraum, um nützliche Dinge für unsere Reise zu holen. Nicht um mehr über den Zwerg zu erfahren. Fafnir war ein ziemlich interessanter Typ, Kleiner. Vielleicht erzähle ich dir mal seine Geschichte. Gut. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange wie bei dem letzten Drachen. Das war heftig. Nochmal Hacksilbär. So. Dann schauen wir mal, was passiert. Oh. Jetzt. Ähm. Sorry für den Cut wieder. Wieder mal. das Übliche. Ich nenne es nicht mehr beim Namen. Ich, ja. Ab sofort sage ich jedes Mal, wenn mich ein Telefonat stört, also ein Anruf stört, wieder das Übliche. Für alle, die es ja, die es wissen wollen. Ähm. So. Erst wollte ich drüber springen, dann habe ich gedacht, nee, da muss ich den Kristall wieder benutzen. Uh. Nochmal eine Schmiede Werkstatt hier mit dem Tor. Schocki. Habt ihr in Fafnir's Lagerraum etwas gefunden? Schocki. Zum Beispiel einen Wetzstein? Noch nicht. Ja. Oh. Oh. Besser denn je. Weißt du, ich glaube, wir beide sind in den Jahren reifer geworden. Warum bist du dann wieder hier? Nur der frischen Luft wegen. Ehrlich, ich liebe meinen Bruder. Aber er stinkt wie ein Misthaufen. Aber er stinkt wie ein Misthaufen. Ja, das war mir klar. Ähm. Ja. Wenn euch das Ganze bis jetzt hier schon gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vielleicht reicht es hier auch für ein Abo auf meinem Kanal. Einfach auf das rote Feld klicken. Und das Abo ist da. Ist für euch kostenlos. Würde mich sehr unterstützen. So. Was wartet auf uns? Hoffentlich nicht noch ein Drache. Das soll ein Lagerraum sein. Ist doch nur Fels und Baum. Oh. Moment. Ich hoffe, dass es in der Aufnahme nicht zu hören, dass hier gerade um das Haus herum jemand Rasen näht. Ich finde es immer erstaunlich. Ich fand, ich finde es erstaunlich, wie laut eigentlich so ein Telefon, also so ein Anruf, so ein Klingelton, wie laut das ist. Deswegen hoffe ich, dass es nicht allzu laut ist mit dem Rasen näher. Ich frag mich aber, warum gerade wieder Rasen gemäbt wird, denn ich hab das doch letzte Woche gemacht. Also wenn das schon so lange, wenn das hier so lang sein sollte, dass man das mähen kann, dann ist es echt super Gras. Oh, ja, top. Opa. Ja. Warum immer in so eben Momenten, wo es immer stört? Ach, nee. So. Ach, hier. So. Lasst uns diese Fiecher töten. Bada. Bäm, 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 bäm. Mal wieder ein bisschen Ecke her. Ich komm mit der Axt nicht so klar. Ich find die Dinger hier viel besser. Der. Der. La 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 la. Bist du bald mal tot? Danke. Hilfe. Ich will hier nicht wegen so ein paar Lappallien wieder zurückgehen. Ist hier noch was? Ja, da. Nerv mich nicht, du vollidiot. Ihr zwei seid wirklich ein gutes Duo. Ja. Das gut geht, ja, das gut kommt und geht, wie es will. Ich muss mich mal kurz umschauen. Beim Kämpfen habe ich ja schon mitbekommen, da ist eine Truhe mit Runen. wird die Frage ist jetzt, wo sind die ganzen Runen versteckt? Ist natürlich klar, dass die nicht ganz so gut erkennbar sind. Okay, da ist eine Glocke. Toll. Glockenform. Ah, da ist die zweite. Wo ist die dritte? Wo ist die dritte? Dritte, 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 dritte ist nicht da. Wo ist die dritte? Was ist das? Ach, was soll das denn sein? Eine Truhe mit Runen, weißt du? Aber wo ist die dritte Glocke? Wo ist die dritte Glocke? Da. Oh, Backe. Okay. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wieso kriege ich diese blöde Axt nicht? So, mal gucken. Sieh mal da oben! Oh, okay, das ist ein bisschen blöd. Gut. 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 Ah, Ach maaannn! Ach maaannn! Okay, 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 okay. Okay, normal. Yes! Perfekt! Geschafft! Uiuiui! Und was haben wir jetzt hier? Horn mit Blutmäht. Ah! Cool! Noch ein Horn. Und die Rage ist noch ein bisschen höher. Perfekt. So! Ähm... Weiß ich nicht. Ich muss gerade... Hä? Gibt es drei Wege oder was? Ewiger Frost. Cool. Oh, was ist das denn jetzt hier? Auge der Runenmeisterung. Aha. Cool. So. Äh... Irgendwie gibt es hier drei Möglichkeiten. Da können wir einmal runter. Da können wir eine Tür öffnen. Und da können wir hoch. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Ah, okay. Nur eine Truhe. Ist nur eine Truhe mit Stahl und irgendwas mit Schuppen. Warte mal. Habe ich gerade irgendwas verpasst hier? Nee. Okay, gut. So. Dann haben wir jetzt noch zwei... Jetzt haben wir noch zwei Möglichkeiten. Einmal die Tür. Die wir nicht aufkriegen. Und einmal hier runter. Dann gehen wir hier erstmal runter. Vermutlich kommen wir dann aus der verschlossenen Tür wieder raus. Schätze ich mal. Ah, ich will nicht unbedingt wissen, was er auch verzwartet. So. Ah, mein Fuß wird weh. Mein Bein wird weh. Aua. Ja, hier. Zugangstein an dem Sockel verwenden. Okay. Aber hier ist die Tür. Na, ich wollte... Ich wollte nicht raus. Ich wollte nur... Ich wollte nur gucken. So. Scheint still zu sein. Oh, ich wollte gerade sagen. Wer steht denn da? Und dann kenne ich erst Atreus. Ähm. Hier. Junge. Noch eine von diesen Karten. Den Ort von der Schrift... Machen... Das machen wir noch ein anderes Mal. Die ganzen Sachen von den Schatzkarten finden. So. Wettsteine suchen. Die Herrscher sind reingekommen. Ich fühle mich, haben sie noch was dagelassen. Mal gucken. Ich möchte das Ganze schon gerne... In dem Part hier schaffen. Ich möchte das Ganze schon gerne... In dem Part hier schaffen. Mal gucken. Mal gucken. Das Ganze... Mal gucken. aus? Ich will abwehren und was soll der Scheiß? Also nein! Es ist irgendwie normal bei mir. In jedem Part sterbe ich einmal mindestens. Mindestens einmal sterbe ich in jedem Part. Irgendwie gehört das irgendwie schon so zu einer goldenen Regel bei mir, oder wie? Ist doch bescheuert, hallo? Also sowas. Das sah doch so gut aus und dann naja. Verhetzt ich mich das mal wieder. Jetzt reicht's mir, Mann! So, da ist noch ein Zugangstein. So, da ist noch ein Zugangstein. Ja, also ich hoffe sehr, beim nächsten äh... den klammernden Raum sterbe ich nicht. Ist ja sonst blöd. So, Zugang. Oh, nicht schon wieder. Das heißt ja überrumpeln. so konzentrieren junge ah man ich will so 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 da danke das wollte ich haben das braucht ich bam den haben wir gleich das ging auch einfach den bekommen wir auch noch keine sorge krumpel na kommt hier noch was okay nächstes was kommt jetzt hier erst mal gar nichts das geht das geht das geht xD Das kriegen wir hin Achtung! 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 So, eine ist weg! Na, endlich! Und die zweite auch! Gleich! Ha, geht doch! So! Hat mich wohl getäuscht! Tja, du täuscht dich öfters, Kleiner! Das seh ich jetzt erst, dass dein Hirsch ist. So. Ja, jetzt müsste es noch diesen einen geben. Und du bist weg! Kommen wir mehr? Nee. Okay, perfekt. Ja. Ich glaube, Kratos ist es mittlerweile schon in Mark und Bein übergegangen. Ein paar Jahre noch, dann hast du es auch drauf. Oh, ein Wölfe! Oh, noch mehr Wölfe. No, Fakja! Ja. Ähm, also ich finde jetzt Wölfe nicht so extrem schwer. Ja. Noch kein Wetzstein. Und nur noch einen Raum. Ich weiß, ich soll nicht hoffen. Aber, glaubst du, wir finden ihn? Nein. Vielleicht soll man auch nicht hoffen. Manche Sachen sind ja auch mit so einem trickyen Zaubern, ähm, versehen. Naja, also man hofft, man findet ihn, aber den Schlüssel, ähm, den, den, der, der Schlüssel, um diesen Wettstein zu bekommen, ist der, dass man nicht hoffen soll. Ist so ein bisschen vergleichbar wie mit, äh, bei Harry Potter und dem Stein der Weisen. Voldemort wollte diesen Stein doch unbedingt. Aber er konnte ihn nicht, ähm, sozusagen mit Hilfe des Spiegels kriegen. Nein. Harry Potter hat ihn bekommen, weil er wollte ihn gar nicht und war deswegen auch würdig, diesen Stein in den Händen zu halten. Ja, und so genau ist es vielleicht eventuell auch mit diesem Stein. Man soll nicht hoffen, dass er da ist. und dann findet man ihn auch. Mal schauen. So, und wo kommt denn das hin? Achso, okay, perfekt, okay. So, hier nochmal das coole Sammeln, zur Sicherheit. Warte jetzt noch mehr Gegner auf uns. Feind erst mal nicht so zu sein. Okay, doch da. So, okay. Okay, jetzt. So, okay. Okay, jetzt, los. Okay, jetzt, los. seinen dolch daran und stach ihn mir dann in den rücken was dieser mistkerl wollte offenbar das kommando über meine leute ich war hart zu ihm ja es kam nicht mal überraschend ich tat dasselbe als ich in seinem alter war er tötete sein vater wo ist er jetzt er ist zwei mistkerl aber er ist mein mistkerl ich werde dir nicht helfen nahe dann hilft mir sein dolch hey der gehört mir hey komm junge wir gehen viel spaß und zwei von denen ach du ne was kommt denn hier alles noch auf so du hilfst uns jetzt und du musst auch gleich weg Ah, Hilfe! Ich dachte, der wäre weg gewesen. So. Oh, das hat echt gedauert. Hm. Es ging. Andere Kämpfe waren schon länger. So. Haben wir hier noch was zu sammeln da? Zorn des Frostvergessenen. Ja. Für ein paar schlappe Fieber könnt ihr gut kämpfen. So viel steht fest. So, dann geht es zurück zu Sendri. Ich dachte gerade eben, das stört sich ja ein. Dabei war es nur die Tür, die wieder zugegangen ist. Warum sollte sein Sohn ihn verraten? Den Vater zuhören. Irgendwann kann Schätzchen. Klingt nach Harpgear. Denk dran, was ich dir gesagt habe, Junge. Mutmaße niemals. Ja, klar. Er war wohl kein toller Vater, aber... Du kennst nur die halbe Geschichte. Ja. Mag sein. Oh, nein. Ne, lassen wir sein. Auf den Kampf möchte ich mich jetzt nicht einlassen. Und das brauchen wir auch gerade nicht. Ich habe erst gedacht, oh, verdammt, jetzt kommt der Kampf hier. Aber nee. Der läuft da nur vor sich hin. So wie dieser eine andere Gigant. Steingigant. Sobald wir angreifen, greift er uns auch an. Von daher lassen wir das Ganze erstmal. So, Synerie. Naja. Oh, was ist das denn? Ein Talisman des Verrats. Oh, was ist das? Der Dolch, den ihr mir gebracht habt, ist recht interessant. Er ist schlicht, aber tadellos gearbeitet. Wo im Tempel habt ihr ihn gefunden? In einem Hescher. Oh. 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 Er meinte, er gehöre zu einem größeren Clan. Vielleicht haben die den Wetzstein. Gut möglich. Seine Machart kommt mir bekannt vor. Ich muss euch um etwas bitten. Nur ein kleiner Gefallen. Aha. Ja, und was? Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Ja. Der Dolch, der im Rücken des Heschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Heschern, die von der Nothri-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mit dem ich euch helfen könnte. Okay. Gut. Dann gehen wir da auch nochmal an. Ja, hier, hier. Genau. Der Vergessene. Ja. Wo genau das jetzt auch schon wieder ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Und das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gemundet. Bei diesem Part. Ja. Das Ding kann ich schon gut ausrüsten. Ich bedanke mich für ein Like nach oben bedankehren. Was haben wir hier noch so? Naja. Sieht nicht ganz so gut aus, aber gut. Ja. Wie ich schon gesagt. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würde ich mich um ein... ...würde ich mich für ein Like nach oben bedanken, freuen. Und ja. Es wäre wunderschön, wenn ihr mich unterstützen könntet mit Hilfe eines Abos. Noch eine Schatzsuche. Sinnlos. Hm. Nicht, wenn Sindri uns mit dem Wetzstein wirklich bessere Ausrüstung machen kann. Und der Sohn des Heschers. Er hat seinen Vater ermordet. Ja. Schön, dass das doch im Nachhinein kam. Äh, ich wollte gerade sagen... ...bem nächsten Mal gehen wir dann weiter Sindris, äh, Mission nach, diesen Wetzstein zu finden. Vielleicht kümmern wir uns auch noch mal vorher um diesen Vergessenen. Mal schauen. Mal schauen, wie ich das noch mal mit dem Kämpfen tue. Mal gucken. Ja. Auf jeden Fall machen wir mit Sindris Mission weiter. Ähm. Wenn da noch Zeit ist, fangen wir dann schon mal mit Brocks Mission an, den Alchemisten zu finden. Und danach geht es mit der Story weiter. Ja, genau. Perfekt. So geht's. Genau. Das ist ein Plan. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Schau. Leute. Schau. Schau.